Eine Riesenschlange im Wiener Wald, was wie ein schlechter Scherz klingt, sorgte am Wochenende aber für helle Aufregung. Die ungewöhnliche Entdeckung schlängelte sich in einem Gebüsch im Bereich des Schottenhofs in Hernals. Nach kurzer Recherche stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Reptil augenscheinlich um einen Königspython handelt, der hier ausgesetzt worden war. Völlig geschwächt machte die Schlange keine Anstalten anzugreifen oder gar zu fliehen. Ein Polizist hob das 1,5 Meter lange Jungtier auf und übergab es der alarmierten Tierrettung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017